Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SkyBlog. Leider konnte ich Mark nicht erreichen, ich weiß nicht wo er ist, keine Ahnung. Aber ich mach jetzt trotzdem weiter. Denn ich will hier auch ein bisschen weitermachen, das ist die Frage. Ich könnte eigentlich mein Haus jetzt mal ein bisschen so einrichten. Das könnte ich jetzt so... Das könnte ich eigentlich... Das könnte ich eigentlich jetzt so machen, ja. Aber ich will diesen Table haben, der hat über 260, so rum. Mal gucken. In die 260. Da. Jetzt muss ich aber das Buch... Das Buch, wo ist das Buch? Da. Ich muss mir so eines holen, weil... Oder? Ach Gott. Ernsthaft? Äh. Ähm. Normalerweise mach ich das ja das nicht, aber... Gut. Das ist jetzt auch mal so eine Ausnahme. Da werde ich ja in zwei Jahren nicht fertig. Und außerdem wird sowas ja zur Verfügung gestellt. Für jeden eigentlich. Also denke ich, machen wir jetzt in Ordnung. Hier hin. Und wo mach ich denn hin? Ich mach ihn erstmal hier hin. Ähm. So. Dann werde ich hier ein bisschen schön einrichten. Ein paar Maschinen hier hinbauen. Und das wird... Sicher... Ähm. BTF. Okay. Gut. Dann mach ich's nicht. Ha. Noch besser. Ach so. Dann wird es schon auf der Welt zugespeichert. Hm. Sobald jeder mal irgendwo eins gemacht hat. So ist das. Das heißt, ich kann überall gleich zugreifen. Das ist aber geil gemacht. Muss ich schon sagen. Das ist super. Stimmt. Ich brauch Marvel. Ha 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 ha. Ähm. Gut, dass ich jetzt keinen mehr hab. Muss ich echt sagen. Das ist echt... Sehr gut. Hm. Gut. So, 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 so. So, so, so. So, so. Gut Ich muss nur gucken, wie es mit dem Licht aussieht Ich meine, es ist ja auch nicht groß Und es ist auch ausgeleuchtet hier Aber ich weiß nicht, in der Mitte Das macht mir ein bisschen Sorgen Dass der eventuell was spawnen kann Aber es sieht irgendwie gut aus Also Wir haben nirgends wo 7 stehen Jo, anscheinend darf dann hier nichts spawnen Da haben wir 8 Das ist schon sehr kritisch hier Jetzt müssen wir ein bisschen gucken Weil Hier ist es so ein bisschen kritisch Ein toter Punkt Hier haben wir zwar 8, aber Trotzdem Ja, genau Hier ist 8 Da müssen wir noch gucken Das ist Naja, 8 würde ich nicht so empfehlen Das ist schon ein bisschen gefährlich dann Ähm Muss man da verglichen setzen? Okay, dann raucht es da raus Aber Die haben dann Hier die 8 nicht mehr Egal, das lasse ich jetzt einfach mal so Ähm So Was Könnten wir denn so machen? Ein bisschen einrichten So Ein bisschen einrichten Ein bisschen einrichten Hm 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 Ich nehme ein bisschen davon Ich nehme ein bisschen davon Ich nehme auch den Generator So Was nehme ich denn noch? Ach Nicht dein Ernst Oft ist das Redstone auch runtergeflogen Weil ich hier kein Redstone mehr sehe Ja Das ist schon ein bisschen Kacke Ey Ey Nein Er hat einen Star Scheiße Verdammt Nein Er hat einen Star Das ist Nicht so gut Ich muss jetzt irgendwie gucken Dass ich hier auf 0 irgendwie schaffe So Hm Jetzt habe ich hier zum Beispiel 0 Das geht so nicht 164 Warte mal Ja Jetzt haben wir wieder das Problem So Ähm Das heißt Ich muss das jetzt mal Reintun Mann Das ist ein bisschen fies jetzt Hm Kriege ich jetzt Rätseln raus Das ist Ein bisschen blöd Hier kriege ich jetzt Rätseln raus Das ist ein bisschen Kacke Ich glaube ich habe eine Idee Ich glaube ich habe eine Idee Ich hoffe Ich hoffe dass es so funktioniert Ne Es wäre schon da Verdammt Aber so könnte es gehen So kann das Ganze gehen Ich habe eine Idee Aber es wird schon wieder finstlich So wird es wahrscheinlich funktionieren Da bin ich mir sicher Aber ich gehe Soll ich jetzt Egal Das mache ich noch schnell Man So schnell reinlegen Bevor was spawnt So Oh Gott So Ich will ja keine Unbeziefer haben So jetzt haben wir hier nämlich eine Kohle Und Kohle ist ja so Treibstoff Genauso Oder so Dingensbomben So wie man das hier so nennt Und Kohle Ist aber das gleiche wie Redstone Normalerweise müsste es dann Nee Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Jetzt kann ich das nämlich nicht mehr reinlegen Zieh mal sowas raus Jetzt tue ich das mal hier rein Alter Ähm Das verarscht mich gerade ein bisschen Ganz ehrlich Alter wisst ihr was Jetzt mache ich folgendes Ich habe echt keine Lust da so blöd herum zu tun Deswegen mache ich jetzt einfach sowas Warum kriege ich da jetzt kein Redstone raus Ich glaube das ist ein bisschen buggy Habe ich so das Gefühl Gut Dann wieder raus damit Und tue ich das alles wieder rein Weiß ich schon wie ich es dann mache Aber das funktioniert dann auch Mann Das ist doch echt nervig Mann 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 Verdammte Scheiße Äh Ich will doch nur Redstone rausbekommen Das ist echt So schwer Ne das brauche ich Das brauche ich nicht Das brauche ich nicht Das brauche ich nicht Ich glaube der Ding ist hier schon wieder leer Kann das sein Ist doch echt krank Nein gut Nein gut So da Jetzt muss ich mal warten Denn ähm Ich mache mir jetzt da gleich den Energy Äh Kondenser Genau Den mache ich mir jetzt Und da lege ich einfach ein Redstone dann rein Und dann passt das Weil es in der anderen Art nicht gehen will Mann Aber dafür brauche ich über 42.000 Das dauert erstmal Deswegen alles zusammenkratzen Was nur geht Oh Gott Das ist aber echt blöd Muss ich echt sagen Warum das jetzt nicht funktioniert Naja Gut dann würde ich sagen Dann haben wir viel zu tun Und dann sehen wir uns auch auf der nächsten Aufnahme dann wieder mal Bis dann Ciao